Live Stream beim Fuchs auf Twitch hier. Ich freue mich, dass ihr am Start seid und auch für alle YouTuber, die sich später nochmal im Verlauf reinziehen. Ja, wir spielen heute wieder eine Runde Hearthstone von Blizzard und wir sind letztes Mal mal kleben geblieben, dass ich die ganzen Karten, Decks jetzt so langsam erstmal alle voll mache, bevor ich mich dann nachher ins Online-Abenteuer stürze oder hier in den Solo. Wahnsinn! Ja, und seit heute gibt es auch eine richtig geile Neuigkeit. Wie mein Titel schon sagt, 3000 Kartenpakete verlost Blizzard. Das ist der absolute Wahnsinn. Die haben einen Wert von richtig viel, also ich glaube von mehreren tausend Euro, ich glaube 5000 Euro oder so sind das. Ich weiß nicht mehr, was ich vorhin da gelesen habe. Also, ja, und zwar geht es darum, dass ab heute, heute ist ja der 1. Februar, glaube ich, bis zum, das muss ich lügen, bis zum 5. Februar oder bis zum 9. Februar, bin ich ja sicher, kann man sich jeden Tag, wenn man einloggt, durch Absolvieren einer Quest, kann man, hat man die Chance, einmalig in diesen Topf mitzuwählen. Und man hätte die Möglichkeit, diese 3000 Kartenpakete sofort zu gewinnen. Das ist der absolute Wahnsinn, ja. Und dann gibt es irgendwie noch was vom Lichtking, habe ich gehört. Irgendwie da irgendwie den Helm oder sowas. Also, ähm, das solltest du auf jeden Fall nicht verpassen, jeden Tag jetzt bei Hearthstone reinzuschauen, um diese Kartenpakete, äh, vielleicht zu gewinnen. Und, äh, das ist noch nicht mal alles, weil, ähm, ähm, abgesehen von diesen, äh, fetten Kartenpaketen, gibt es trotzdem noch was für Leute, ähm, die nicht gewinnen. Ich habe gehört, irgendwie an 10.000 Mitspieler, ähm, gibt es nochmal, ich glaube, 10 Kartenpakete oder so, oder 100 Kartenpakete und nochmal an 50.000 andere Spieler, ähm, verlosen die nochmal irgendwie ein Kartenpaket, ähm, von den aktuellen Katakommen, ähm, was natürlich der absolute Wahnsinn ist. Ähm, also halt eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, jeder eine Chance, äh, auf Geschenke. Und deswegen werden wir versuchen, heute Abend, äh, noch eine, eine Quest zu beenden. Ich, ähm, ich glaube, ich bin da irgendwie gerade, ähm, dran. Da werden wir gleich mal sehen, ob wir da irgendwie mit, äh, ich glaube, ich muss 10 Spiele gewinnen und 8 habe ich schon. Wollen wir mal sehen, was die Quest da sagt. Bei dem Spiel ruckelt es immer. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt im Stream auch so ruckelt oder nur bei mir jetzt hier auf dem Fernseher. Äh, finde ich mal richtig krass hier, der Ladebalken. Muss so hart sein. Rexha gegen Thrall! Eure Zeit ist gekommen. Lasst die Jagd beginnen. So. Die Klasse habe ich auch schon lange mal gespielt. Wir werden einfach die Karten mal bestätigen. Und wir werden natürlich sehen, was uns da so, äh, ja, was mich hier erwartet. So, da geht's schon mal los mit dem Ansturm. Äh, ein Punkt. Und, äh, mal gucken, was ich hier... So, euer Annerwildteleinsangriff. Das ist für mich sinnlos. Ich kann die Malermünze halten und füge den Feindlichen an zwei Schaden zu. So, okay, dann, äh, werde ich mich für die neue Karte entscheiden und werde die Runde damit auch beenden. Er hat da ein Foto mal aus eingesetzt, hier. Ich will mal Bescheid sein. Ich glaube, das vergibt, weil genau jede, jede Runde gibt's, äh, einen Punkt Heilung. So, schaut euch die drei obersten Karten aus Decks an. Zieht eine und werft die andere ab. Okay, jetzt haben wir zwei Punkte. Das bringt uns auch nicht weiter. Ja, kannst du aber probieren. Guck mal, fügt mal, fügt mal, fügt mal zum Beispiel. 4, 1, 1. Äh, da haben die weg. So, wir hätten immer noch die... Aber keinen Sinn. So, das sieht schon mal schlecht für mich aus. Komm nicht mit einer Karte raus. So, jetzt kommen wir zu der drei, ja, alles so ne Kacke hier. Legt euch nicht mit Zahn an! Und? Und? Kann ich schon mal auslösen. Noch mal ein Schäger, ganz schön. So, ich muss auf jeden Fall drauf kontern. Ähm, gleich am Arsch. So, da kann man den, der hat auf jeden Fall auch so sieben Affair, der ist Hammer, die haben alle einen. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Nehmt euch! So, jetzt können wir den construction machen. Na, das sieht schon mal schlecht für mich aus. Was ist das? Ich habe mich nicht mehr verletzt. Sooo, jetzt kann ich natürlich nicht durchfragen. Ich hab kein Bild hier, das ist kein Problem. Klasse. Blöde Figur. Gegen den werde ich ja nicht mehr spielen. Das macht doch gar keinen Sinn, ich hab nur noch einen Punkt, ich hab hier nur Schadenscheiße. So, und, äh, vielleicht haben wir das hier umgelegt. In die Runde, egal was da ist. Würde mir nichts bringen. Geladen und entsichert. Ein Diener mit Spott ist im Weg. Schnell und stark zuschauen. Ich fliege. Ich hab's anspringend gehört, ja. Aber ich muss ihn trotzdem weitermachen. So, den haben wir das letzte Mal genommen, der nicht so... Was war das der Krieger? Ach, ich hab's schon gesehen. Rexa gegen Garrosh. Sieg oder Tod, lass die Jagd beginnen. So, Ansturm, fallen halt ein befreiteter Wildtier weg. Ja, das kann man lassen. Und ich bin im Nachteil. So, dann können wir ja auf jeden Fall schon mal den Ansturm nehmen. Dann können wir ja ein Pünktchen aushauen. So, verursacht zwei Schaden. So, dann hätten wir jetzt die Möglichkeit... Die Karte jetzt wird's... Okay, nur einen. Der ist nur am freien Platz hier. Legt euch nicht mit Zahn auf! Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Ach, so. Wo? Wir werden dann auch noch ein bisschen hier. Boah! Ist auch nicht schlecht. Na, den werden wir aber am besten lieber mal gar nicht angreifen. Wie krieg ich den dann runter, wenn der jedes Mal sein Leben erhöht? Ich habe nicht genug Manna. Achso. Ach, jetzt hätte ich... Ach, Mann. Verdammt. Jetzt habe ich geschlafen. Ich habe jetzt schon acht. Das ist ja eine Karte, ey. Nehmt das! Nehmt das! Krass, Mann, ey. Ach, das nervt jetzt. Die Karte hier ist total scheiße. Die Karten, die sind alles scheiße. Pass auf. Gott sei Dank. Ist der jetzt weg, ey. Schnell und stark zuschlagen. Geil ist die Karte, ja. Das muss ich ja schon mal sagen. Mal solchen Himmel, dem scheiße, ey. Ich habe ein riesiges Gewehr. Was glatt's so. Hm, glatt's nicht. Okay. Die nächste Runde bin ich dann dran. hier ist doch immer richtig auf den sack ich bin bereit kacke jetzt macht er nicht den kann man zum ich weiß gar nicht, ob das auch im Stream so ruckelt, hier mein Bild, wenn der lebt da. Mich mal interessieren. Ich muss die Wildnis schützen. Lass die Jagd beginnen. Ohne Karten mit Spott ist ja der Ausdruck. Schau mal, verleiht der Wildtiersport. Die Karten hier waren scheiße, die kommen zurück. Okay. Ein Schuss. Ein Schuss. Hm. Auch blöd die Karte. Ja mühsam mein jetzt, wie das Eichhörnchen mein Kind. Glacier Löst das Todesröcheln eines befeuerten Dieners aus. Gute Nacht. Die Diener wird in der nächsten Runde bereit sein. Das war's. Das war gut aufgeräumt von mir. Das war's. So was wird natürlich immer gut. Steht schon. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So kann ich nicht ausführen. Das war's. 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 2 er muss zerstört werden die Tore sind geöffnet regt euch nicht mit Fahnen an die tue eigentlich spielen tot spielen da haben wir hier wieder so ein Ding ich bin bereit Für ein Masiata. Was glattst du so? Guck dir mal die Zahlen an, das sind ja 14, da muss ich erst gar nicht anfangen. Ich krieg hier so ne Pisse, weißt du, mit zwei, was soll ich denn damit, Alter? Ich krieg dich aber in der Wadacusselle los. Oh, okay. 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 das war nicht genug mana Legt euch nicht mit Zahnarzt raus! Ich bin ein Stahlschwein! Nehmt das! Das ist kein gültiges Ziel! Spüre meinen Stahlschwein! Das war's! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gewinnt 10 Standardspiele im Modus Spielen. Achso. Gewinnt 2 Spiele als Magier oder Schamane. Mal gucken. Ist Magier oder Schamane? Probier mal. Wie hat man gar nicht gespielt? Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Das war's. Das war's. Was? Ist Magier und Schamane? Nehmt das! Das Ding! Ja! Das war's! Für den König! Das war's! Zum Angreifen gibt's hier gar nichts! Einsatzbereit! Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschehen! So, machen wir den! Das war's! Ich glaube, er ist einfach nicht... Das war's! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's. That's fast. 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 undelogenes Spiel. Das ist ja mein glück jetzt alter. So, habe ich die jetzt? Die Quest jetzt erfolgreich beendet? Anscheinend. Anscheinend nicht im Übungsmodus, oder? Ne. Ach, so ne Kacke. Also müssen wir online spielen. Also der Magier-Schamane. Dann müssen wir das nochmal machen. Noch einmal. So, dann suchen wir mal einen würdigen Gegner. Der so schlecht ist wie ich. Wir suchen eigentlich keinen würdigen Gegner, sondern wir suchen einen schlechten Gegner. Papa Uta, Papa Uta. So. 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 Lieblingskarte hätte ich gerne so vier Stück von hier halte ich mir mal noch eine Runde zurück als bremslich wird dann ballern wir da sechs Schaden drauf die lebt euch nicht mehr da da 5 können wir ihn noch nicht nehmen. Der hat hier einen 7 Linksbumm. Das brauchen wir nicht. Fick 3 zu. Der hat 1. Nehmen beide 3. Schwierig. Noch mal so'n Kloppi hier. Hm. Hm. Was sagt er? Ich hab keine Waffe. Welte mich zum Dienst. 3, 5, 6, 8. So, jetzt machen wir 5. So, jetzt machen wir 5. Was machen wir denn dann das? Hm. Hm. Oh nein. So, dann machen wir 2 Schaden. Hauen wir den Schaden weg. Oder auch nicht. So, und hier. Das war's. Hm. Gutes was anderes, hm? Kann ich nicht labern? Labern. Wollte labern. Mit Drogen machen. Hallo. Das Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich hab schon im Internet nach neuen Käppis mal geguckt, ich brauche ein paar Käppis. Wenn du sowas mal siehst, coole Käppis für mich, brauch ich mal. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Das war's. Sie werden nicht wissen, wir ihnen nachgehen. Meine Karten? Meine Karten sind so scheiße. 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 eine Karten sind so scheiße. Ich muss hier leider so lange spielen, dass ich dieses eine Spiel gewinne. Das ist einfach so dumm für dieses Spiel. Anscheinend ist jeder besser. Das ist wahrscheinlich ein bisschen länger als eine Woche. Na genau, mach mal den. Wie feil. Wie feil. Ich würde auch gerne mal Schaden machen. Und nicht immer nur nichts haben. Ist das irgendwie möglich? Aber wie viele Karten denn noch hat der Kollege, Alter? Sechs Karten. Ich hab drei. Mein Schild für Argus. Wow. So will ich jetzt sehen. Das ist einfach hier sowieso. Woher muss ich mich vereinen? So geht hinter mir in Deckung. Ich frage mich, ob... Das ist großartig. Ich frage mich immer noch. Ich frage mich. Und schande mich immer noch. Ich frage mich daher. Ich frage mich. Ich frage mich immer noch. Nein, ich frage mich. Mit mir und mit mir und mit mir! Ich mach mal eine Wind vor der Karte. Kostet meine Stahl! Das ist ein umsonst, ey. Das war's. Lass mich nachdenken. Knappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr! Melde mich zum Dienst! Das war's. Das war's. Ja, ich mach dich. Oh, du hast es. Oh, du hast es, du hast es, du hast es. Was ich, du hast es. Super. Super. Das war's. Haha, witzig. Voll witzig. Schade, dass man den Spielern nicht sehen kann, wenn ich die Level sind. Ich weiß schon gar nicht, warum die richtig waren. Das war's. Das war's. Das heißt, kommt noch zurück. Gegner. Ihr habt es so gewollt. Eure Zeit ist gekommen. Spott, Spott, Anschwimm, Anschwimm. Sehr schön. Ja, alles ist gut. Vier Karten. Oh, habe ich manchmal nur drei Karten. Manchmal vier. So, motorische Ansturm. Erste Runde ist am Start. So, ich wollte drei nochmal Ansturm. Aber der geht länger nicht. So, los. So, los. Ich will das Spiel. Aber was hätte jetzt mal anders sein. Der toll, ja? So, drei. Berecht' am Ausritt. Kostet mein Star. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Das Ding. Das Ding. Ja. Was hat der gemacht? Der kommt hier gleich raus, alter. Mit dem ganzen Deck, ey. Der macht mir glät fertig. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Wacht. Geht hinter mir in Deckung. Der ist ja einer. Das war's. Ich hoffe, dass euch meine Erzählung fällt. Das kann zum hundertsten Mal ein Spott sein. Geht hinter mir in Deckung. Und der Spott. Das war's. Mist. Ach, jetzt ist... Ach, Alter. Ist doch kacke. Nicht nächste Runde machen sollen, ich Idiot, ey. Krass, ey. Mann, was ist denn Spaß, Alter? Das Dingo! Ja, scheiße. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir machen. Ja. Der Frostwolf-Klan ist bereit. Bereit zum Ausritt. Kostet meinen Stahl! Kostet meinen Stahl! Kostet meinen Stahl! Bei mir ist das. Ziv. Ich muss mich nicht gewöhnt, als ich das in das Spiel studieren kann. Ich bin ein Bedeutung. Ich bin ein Bedeutung. Ich bin ein Bedeutung, aber ich bin ein Bedeutung. Ich bin ein Bedeutung. Ich bin ein Bedeutung. Ich bin ein Bedeutung. Das ist so clear. Das war's. Hm. Hm? Hm? Gut. Got it. At least you fit them with it. That's right. That's right. That's right. That's right. Hat jemand den Arzt gewonnen? Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Na, ja. Was jetzt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, cool. Hast du gesehen? Wie ist das? Ah, Mann. Was ist das? Was ist das? Ah, cool. Kostet meine Stahl! Das war's! Bereits zum Ausdruck! Das ist mal komisch. Ich hab's hier genau die gleichen Karten am Weg. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bereits zum Ausdruck! Kostet meinen Stahl! Wie ist das? Ne, oder? I? Bis zum Jahr INO. Nein! Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Der hat nicht meine Diener angegriffen. Der hier gehört mir. Niemand kommt an mir vorbei. Was glaubst du so? Der hier gehört mir. Kostet einen Stahl! So, ich weiß, ich müsste sich ja auf meine Diener kümmern. Mit der nächsten Rutsche könnte ich die Köln. Hm. Oh. 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 Ich habe doch eigentlich das gemacht, was man wollte, oder? Soll ich da jetzt für den Shop gehen? Schade, ich werde jetzt gar nicht mehr sehen. 5 Euro. Ah, schade. Ich kann jetzt hier leider nicht mehr sehen, hier. Mit dem Event. Eigentlich habe ich gemacht, was ich machen sollte. Ich muss hier schon gewertet, das Spiel spielen. Das hatte ich gerade eben gespielt, das hatte ich mal gerne gespielt. Genau. Da war ich eins noch. Jena gegen Reksa. Lass die Jagd beginnen. Ihr habt es so gewollt. Jena gegen Reksa. 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 Jena gegen Reksa.